Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge David vs. Goliath mit dem Friese, Julian, Manu, Daniel, Dommel, Falgo, Manu, Michael, Mika, Rainer, Roppy, Axel und David. Hallo. Hallo. Ich glaube, man kann nur unschwer erkennen, dass es heute ums Grubbern geht. Ja, doch, es geht ums Grubbern und der liebe Falgo, der erzählt euch, oder beziehungsweise der liebe Falgo und der Friese sind im Team Goliath. Und meine Wenigkeit mit dem ganzen Rest der Bande ist im Team David. Also wir haben heute auf jeden Fall ein organisatorisches Koordinationsproblem, das sehe ich jetzt schon. Aber der Falgo erzählt euch erstmal, um was es geht und wir düsen schon mal zum Feld 1, würde ich sagen. Genau, heute geht es halt ums Grubbern. Im Endeffekt grubbern wir mit 36 Meter Arbeitsbreite und 15 kmh. Im Team Goliath sieht es so aus, dass wir mit zwei New Holland T9-565 unterwegs sind mit 550 PS, 40 kmh Spitzengeschwindigkeit. Dahinter hängen zwei oder jeweils ein Bettner Swifter SM 1800, die, wie gesagt, zusammen noch die 36 Meter kommen mit 15 kmh Arbeitsgeschwindigkeit. Team David übertreibt dieses Mal komplett und hat zwölfmal den New Holland T9-520 mit 117 PS, auch 40 kmh normaler Reisegeschwindigkeit und einem Rau-Polimac 300 mit 3 Meter Arbeitsbreite. Und 15 kmh. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer dass es halt, naja, zwölf gegen zwei. Ja, Wahnsinn. Also wie gesagt, wir haben exakt dieselben Arbeitsbreiten. Es geht darum, zwei Felder und zwar die 1 und die 5 zu bearbeiten. Und zwar komplett, jeder hat eine Feldhälfte, das heißt, wir müssen auch einmal Übel setzen, da wird es dann interessant werden. Weil da hat Team, äh, Team, Julian, was ist los? Seien gewechselt? Äh, da hat Team, äh, Team, äh, Team Goliath auf jeden Fall dann weniger Probleme, was das Übersetzen betrifft. Aber wir werden mal schauen. Wir werden uns definitiv noch eine Taktik machen, wenn die anderen zwei, also Physio und Falco, nicht im Raum sind. Und, ähm, ja. Wir müssen das taktisch auf jeden Fall etwas anders angehen. Domme, bitte. Leute, können wir nicht einfach normal ungesinnet zum Feld fahren? Es ist unglaublich. Mika, du bist doch sehr warm. Du bist einfach nur ein... Ja. Man merkt halt einfach, du bist... und kommst vom Bau. Es ist sehr warm draußen, Mika. Und denkt bitte dran, wie immer, ist man erst übergesetzt, wenn das Feld fertig ist. Ja, ist richtig. Also wir müssen komplett fertig rüber, bevor wir aufs nächste Feld gehen. Stille hier falsch? Genau. Nein, wo ist es? Ich bin richtig. Wo gehst du nachher? Wie seht euch zwei Mal in einen anderen Raum? Ja, um die Team-Mitglied. Ja, ja, ja. Schieße mich mal. Man kann mich nicht ziehen, ne? Ich bin nicht die Witzbeut, weil ich so prominent bin. Also, kann ich doch nicht ziehen. Ja, ja. Der Chef können nur wenige ziehen. So, du fängst andere Seite an, oder was? So habe ich das jetzt gerade richtig gesehen. Ja, wäre clever, ne? Ja, würde ich auch sagen. Fahren wir Kreis, oder was machen wir? Na, ich würde eher hoch runter sagen. Echt jetzt? Weil Kreis ist zu viel Umsetzerei, oder? Weil du hast einen relativ kleinen Wendekreis mit dem Thema. Ich hab's gerade gewählt. Ja. Ja, wäre schon ziemlich, ziemlich aggressiv. Ja, ja, gut, ne, dann machen wir hoch und runter. Man kennt sich ja aus. Ja. Kannst du mal ein Plus im Chat schreiben? Ich wollte sagen, wir brauchen wir nie gar nicht beraten, ne? Und alles, was geht. Ja. Wer macht denn heute hier die Moderationsdings? Naja, im anderen Team ist es dann der Domme, der so ein bisschen moderiert. Ja. Und du hast mich? Das ist ja wunderschön. Das ist ja wunderschön. Weißt du, was das Schlimme ist? Was denn? Und die Vorbereitung hierfür, ne? Ich muss erst mal das Zuckerrohr runterreißen, um dann Weizen anzupflanzen, damit ich quasi hier zur Ecke habe, wie jetzt. Ja, so. Meine lieben Freunde, wenn sich mein Sound von dem Mikrofon ein bisschen komisch anhört, ich bin im Moment zu Besuch bei meinen Eltern und hier ist der Raum ein bisschen leerer als unten bei mir im Keller und das kann wahrscheinlich ein bisschen heilen. Wahrscheinlich bin ich auch ein bisschen lauter als sonst. Das hat damit zu tun, dass mein Mikrofon weiter weg ist und ich das Mischpult ein bisschen umgestellt habe. Tut mir sehr leid, falls es jemanden stört, aber es wird die drei Folgen so sein und dann bin ich auch schon fast wieder zu Hause und dann wird das schon wieder anders aussehen. Also die anderen haben eine sehr lustige Taktik. Wir haben unten rechts drei, unten links vier, oben rechts drei und oben rechts zwei. Okay. Naja, ich glaube, die setzen sich gerade nochmal um. Ja, stimmt. Ach ja, meine Cam ist auch aus. Das hat zwei Gründe. Erstens habe ich meine Cam vergessen und zweitens sitze ich hier gerade oben ohne und möchte dann doch euch nicht meine Teenie-Müxe zeigen. Alles für die Quoten. Alles für die Quoten, Junge. Die Folge nenne ich Teenie-Müxe und Action. Clickbait ist incoming. Ja. Die ist jetzt da. Okay, die machen auf jeden Fall mit drei Leuten von jeder Ecke aus, die quasi an dem Kreis. Aber ich hätte das auch gerne gesehen, wenn zwölf Leute auf der Reihe sind. Ja, nicht schlecht gewesen, aber ich glaube, wir fahren hier dreimal hoch, dreimal runter, das ist das Ding fertig hier. Nein, wir werden sehen. Wir werden sehen. Vielleicht wird es ja anders. Grobe hast du schon gesenkt? Grobe habe ich schon gesenkt. Okay. Go. Mein Gott. Der hat ja wohl mal Paul. Klar. Erzieht doch nichts. ja doch ja die geschnitten brot gehe ich danach aber deiner seite runter oder ich glaube du kannst bei deiner seite weitergehen alles der wendekreis von dem ding ist super ich glaube dir das dann mal habe ich getestet das gut werden das geschaffen jetzt im problem damit wenn ich dich die folge über hier schulen ach ja wir haben über deine team habe sie gesprochen warum da so leute gemacht bei dem wetterwasser arbeiten arbeiten aber in der halle richtig ein abgeschwitzt ich wollte fragen was machst du nicht erzählen möchte ich weiß es ja doch ja aber immer leiden wo maschinen maschinen und bei uns in der halle ist es halt nicht klimatisiert und heute morgen kam er schon in die halle rein und die maschine zeigte schon die du bist jetzt lachen aber die ständertemperatur und kühlmitteltemperatur ohne dass sie gelaufen hat von 30 grad aber ist das über nacht so richtig gut abgekühlt ist heute über tag hatten wir 36 grad ohne luftfeuchtigkeit kriegt ihr dann kein frei oder so natürlich in der schule also wir haben mehr bekommen aber unser raum ist nicht auch hat auch keine klimaanlage und so und heizt sich der raum irgendwie auf 35 grad oder was auch immer auf und 35 grad ist das level das problem ist ab 35 grad muss dein chef dafür sorgen genau für eine abkühlung genau ja genau das heißt er stellt im endeffekt einen kasten wasser dahin sagt ihr jungs ist für euch und dann ist das schon der drops gelutscht das ist so richtig ja aber unser chef hat gesagt sollte dir unser ladenraum 35 grad erreichen geht nach hause aber bei 32 grad anschluss haben alle davor gesessen aber aber ich bin doch ganz ehrlich heute in der heutigen standard und dann keine klimaanlage in so einer halle also wir haben ja auch also wir haben ja nicht nicht so laden wie du jetzt denkst du mit steinmauer und so bei uns wird ja auch so eine halle dahin gebaut sage ich mal ja jetzt wahrscheinlich wieder reifeisen und ja und auch keine klimaanlage nix ja das problem ist unsere montage halle ist 25 meter hoch und in den meisten stellen soll jetzt mal das ist halt die witze das runterkühlen ja das problem ist wir haben wir machen uns einmal darüber lustig wir haben das ganze jahr halt durchgängig 20 grad im sommer 40 im winter 0 ist nun mal so weil im winter steigt die warme luft nach oben dann bist du unten am frieren ja und im sommer ist einfach kaputt ich meine dieses jahr haben die gott sagen schon vorteil wir haben eine große glas fassade die haben jetzt gott sagen weiß gestrichen weil ansonsten wird sie einfach getoastet ja klar also ich habe bevor ich hatte mein zahlen gab mir war ich auch mal ja mal schöne da eine fassade gestrichen hast und gerade auf der sonnenseite war sehr da kurz die farbe und pummel zu sehen hat war noch nicht so schön das richtig aber es wird auch jedes jahr immer wärmer und wärmer ja klimaerwärmung dann sagen wir es mal so das hat ja nichts mit wärmer und wärmer zu tun es wird immer extremer ja die winter werden extremer die sommer werden extremer ja gut das würde das kann ich jetzt nicht so also bei uns hier in niedersachsen da war der winter eigentlich ja das hat man gefroren aber ich glaube dass das höchste was wir hatten mal minus drei grad ich meine dass das also zu uns kommt das immer sehr sehr zugute die leute haben probleme mit ameisen mit läuse mit was auch immer weil der winter die nicht alle abtötet dann kommen natürlich zu uns hier und wir machen schön umsatz ist bei euch momentan auch so eine problematik mit diesem reichen ja genau weiß der geist ja ja das haben wir auch bei uns die bäume sind schon markiert wir haben direkt bei uns vom laden haben wir ein also ein baum aber da hängen ich weiß nicht wie viele daran ich muss ja die geschichte erzählen wo du das gerade saß eine frau kam bei uns in den laden und die sah aus ich dachte alter was ist der verkehr hatte sich verbrüht oder was weil das ganze gesicht war rot und voller flecken und blablabla und zählt dann so ja ich habe raupen gerettet sagt und ich sag so ok was denn für raupen ja weiß ich nicht die wurde wollte eine spinne wollte die fressen die waren total in so einen kokon drin und ich so brüten ja ich so ok ich so ja und jetzt ja ich habe da mal so eine mitgebracht in der raupe ich so ja ok zeichst zu machen holten glas ich so ja jetzt habe ich auch so flecken hier überall ich so ja wir gehen jetzt erst mal zum arzt allergische reaktion ja ja da hat ja die hatte ja da vorne das ding reingegriffen ich wollte die raupen retten und danach damit eine reiben und danach bleibst am anaphylaktischen schock einfach liegen und ich denke mir nur so eine kollege war damit zusammen kranken aus der ja also auf dem ansitz gesessen ja das nicht mitgekriegt und dann gegen der abends oder nachts zum auto und dann ging das an und dann kriegte der herzrasen und was weiß ich nicht was ja richtig übel also dass das zeuge ist gibt hier vor allen dingen wenn du auch dann noch asthma oder sowas hast dann kann das ganz schön da hinten durchgehen haben naja ja bei uns sind jetzt da ist so ein baum markiert aber die sind noch nicht soweit die stadt für die wollen abholen aber haben keine ahnung die machen das ist hier bei mir im ort ist ein nachbauort sagen wir ja so ja ist ein freibad davon gefallen die stadt weiß das schon seit zwei wochen hat aber das freibad nicht geschlossen jetzt natürlich ganz viele kinder komplett mit roten pusteln überseht naja klar ja diese diese herrchen die fliegen ja überall hin die werden ja auch wenn die wenn die dann abholen die werden ja auch aufgesaugt das ist haben wir letztes jahr dann gesehen dass er sehr cool aus also ganz gut aus für uns falko oder würde ich nicht sagen ja das kannst du bei den anderen bloß schwer sehen ich glaube das sieht relativ gleich standorten sich aus na wenn wir sehen wir uns soweit ist beim übersetzen man sich hätte den vorher sagen sollen wenn die nicht sauber arbeiten und ich nutze dieses feld für die nächste challenge wächst dafür die einfach nicht aber gut meine freunde wir sehen uns zur nächsten folge wieder wenn es euch gefallen hat das like nicht vergessen schreibt man die kommentare eure erfahrung von eichen wir sind noch mal eichen eigentlich ein spinner keine ahnung ja irgendwie sowas weil sie da was schon mal kennen wir hatten uns ja letztes jahr auch schon darüber unterhalten schreibt noch mal neue ideen rein in die kommentare für die nächsten challenges und so und nicht hier deutsches feld und sowas es soll von derselben marke sein ihr wisst bescheid das david-weses-gold-prinzip eigentlich und in dem sinne tschüss und bis zum nächsten mal haut rein